ich begrüße sie zu einem weiteren videotip für security insider und gebe ihnen in diesem videotip eine zusammenfassung wie sie einen host guardian service einrichten können um shielded vms zu betreiben sie können shielded vms also die besondere absicherung von vms in netzwerken mit windows server 2016 und 2019 zusammen mit vms auf basis von windows server nutzen aber auch für linux server sie benötigen dazu zunächst auf einem server oder einem cluster einen hgs server einen host guardian service server beziehungsweise einen host guardian service auch mit hgs abgekürzt cluster damit sie einen solchen cluster erstellen können inklusive einer bastion active directory gesamtstruktur also die umgebung wird auf basis einer eigenständigen active director umgebung aufgebaut müssen sie auf dem entsprechenden server auf dem sie das durchführen möchten den host guardian service als server rolle installieren das können sie entweder in der powershell durchführen oder eben in der im windows admin center oder im server manager die weitere einrichtung nehmen sie in der powershell vor sobald sie den host guardian service eingerichtet haben stehen verschiedene commandlets zur verfügung diese werden ihnen zum beispiel angezeigt mit get command und dann wildcard hgs server wildcard dann sehen sie die wichtigsten commandlets die es in diesem bereich gibt der erste schritt besteht dabei die serverrolle zu installieren der nächste schritt besteht darin dass sie auf basis der installierten server rollen einen hgs server bereitstellen wie sie dazu genau vorgehen zeigt ihnen microsoft in der dokumentation relativ umfassend und wenn sie den hgs server installiert haben müssen sie ihn noch einrichten im rahmen der installation erstellen sie auch zum beispiel eine eigene active directory umgebung nach der erstellung der active directory umgebung wird diese mit initialize hgs server eingerichtet die active directory umgebung können sie zum beispiel relativ einfach erstellen indem sie install hgs server verwenden dann den namen der hgs domäne ich verwende jetzt hier host gs.com sie können natürlich hier auch bastion hgs verwenden oder einen eigenen namen dann müssen sie das kennwort eingeben für den administrator sowie der herstellung von active directory und hier ist der einfachste weg wenn sie das kennwort mit readhost manuell hier eingeben lassen dass sie dann so ausgeben jetzt hier das kennwort dafür ein bestätigen das kennwort danach und danach erfolgt die einrichtung ich habe jetzt hier auf dem server bereits eine domäne in betrieb mit jos.in schauen sie sich die dokumentation an zu install hgs server der befehl ist im grunde genommen relativ einfach der server ist entweder bereits mitglied einer domäne die sie dann hier verwenden oder noch besser sie nehmen einen standalone server auf dem sie die entsprechende gesamtstruktur bereitstellen im rahmen der einrichtung stellen sie später dann auch eine vertrauensstellung her zwischen ihrer gs domäne und ihrem active directory denn auf basis dieser vertrauensstellung werden dann die vms die mit dem hgs server über die guarded host verbunden sind gestattet im ersten schritt brauchen sie also einen hgs server den hgs server installieren sie wenn die server rolle installiert wurde und danach tun sie noch mal und danach installieren sie auf dem hgs server mit initialize hgs server die eigentliche infrastruktur das heißt reihenfolge ist hgs auf einem server installieren mit install hgs server den server entsprechend installieren und mit initialize hgs server entsprechend einrichten die einrichtung können sie danach mit test hgs server überprüfen sobald der hostgarden service installiert eingerichtet und initialisiert wurde können sie auf hyperv hosts die anbindung durchführen dazu müssen sie ebenfalls über den server manager oder eben über die powershell die notwendigen rollen installieren um einen hyperv host an den hostgarden service anzubinden müssen sie auf der seite features auswählen die option hyperv unterstützung durch hostgarden installieren denn durch diesen vorgang werden die entsprechenden tools installiert um zum einen ihre hyperv hosts an den hostgarden service anzubinden und zum anderen um geschützte vms zu erstellen ich lasse die entsprechenden features jetzt hier hinzufügen sie sollten zusätzlich noch das feature vm abschiebungstools für die fabrikverwaltung installieren lassen denn dadurch erstellen sie die vms die geschützt werden sollen also die shielded vms und die dazugehörigen notwendigen vorlagen diese tools installieren sie also nicht auf dem hgs server sondern diese tools installieren sie auf den hyperv hosts auf denen sie shielded vms betreiben wollen denn bevor sie eine shielded vm erstellen können benötigen sie erst den hgs und danach müssen sie ihre hyperv hosts an diesen hgs und diesen active directory gesamtstruktur anbinden und dann können sie shielded vms erstellen die konfiguration zeigt microsoft recht gut in der dokumentation zu den shielded vms und hier gibt es einige möglichkeiten die sie bei der einrichtung beachten müssen bevor sie die umgebung in einem produktiven netzwerk verwenden sollten sie erst mal eine testumgebung installieren denn der eigentliche betrieb von hgs ist nicht ganz einfach er wurde zwar mit windows server 2009 10 noch einmal deutlich vereinfacht so dass sie zum beispiel auch einen offline modus verwenden können das bedeutet wenn der hgs nicht mehr startet können sie die shielded vms dennoch starten das ist in windows server 2016 ohne weiteres noch nicht möglich gewesen und diese tools benötigen sie eben um eine umgebung einzurichten und danach können sie geschützte vms auf basis von ihnen definierten vorlagen erstellen ich hoffe ich konnte ihnen die möglichkeiten des hgs etwas näher bringen und sie schauen sich auch die anderen videos bei security insider an